Also, was ist jetzt genau nochmal ein Holzfäller? Wenn es nach dem Scheißen geht, die Wurst nicht ganz nachbringst, geh. Dann stehst du einfach auf. Und dann? Du schaust es in zwei Hälften. Weißt du, damit es halt nachgeht. Ja, ja, Freule, Holzfäller, hab's kapiert. Das ist nicht einfach, du brauchst die Übung. Ah, so ein Schmarrn, hey. Weißt du was, ich hab neulich ein Ding gehabt, genau, ein Geisterwurst. Geisterwurst habe ich gehabt. Jawohl. Was ist denn das? Ja, das ist nicht ganz viel Amateurscheißer. Dass die Wurst einfach im Wasser verschwind. Ohne, dass du das vor dem Spülen noch angeschaubt hast. Wow, du zreckst, Alter, ein Fotzen. Nein, wirklich? Ohne Scheiß. Manchmal ganz schön komisch.